Tja, viel Spaß Kollege, da schaut's schlecht aus. Jeder will hin, Finale daheim. Und die Stimmung daheim, also in München prächtig, Kaiserwetter. Der Marienplatz prall gefüllt, Bayern und Chelsea-Fans stehen sich gegenüber, feiern, singen sich schon mal warm fürs Spiel. Die Stimmung aufgeheizt, aber nicht feindselig. Die Bahn-Fans stellen schon mal klar, wer des Hauses ist. Am Odeonsplatz, ordentlich Fans von der Insel, Sky-Reporter Torben Hoffmann findet neue Freunde und die Chelsea-Fans Zeit für einen kleinen Tipp. Naja, welcher Traum sich heute in Luft auflöst. Ein großer Prophet meinte einst, schauen wir mal.